Ihr beide, das fand ich besonders interessant, ihr spielt beide in einer Serie, aber habt euch heute hier bei uns... Absolut, absolut. Also unsere Serie... Wie kommt das zustande? Naja, unsere Serie besteht ja aus zwei großen Haupthandlungssträngen und der eine den Familienhandlungsstrang und ich spiele ja die Tochter des Kommissars. Und deswegen sind Sarah ist auch seit zwei Jahren dabei und wir haben uns noch bisher noch nicht. Aber jetzt zum Glück ja heute hier zusammen. Super, schön, dass wir euch mal zusammenbringen konnten. Guck mal, bei uns ist das anders. Bei uns gibt es keine getrennten Handlungen. Wir haben nur Einzelnen quasi gar nicht. Eigenes Hotelbett. Ja, genau. Wir wohnen da mit Ihnen alle. Ich befinde dich selber wieder in einer Tankstelle um Mitternacht. Hast du jemals? Nee, Leonie, Leonie. Ich würde B auch. Du hast halt nur das Pech, dass du es auf jeden Fall zurückgeben musst. Du kannst nicht sagen, ich sage nur einmal kurz auf den Joker zu sprechen, komm. Oh, mh. Ich bin auch ein Anwalt. Nee, also der Joker ist mein Papa. Philosophie, würde ich sagen. Also kein Jurist. Also kein Wandel des Bürgers. Ah. Der Käufer. Ich gehe mir mal durch. Flachpinsel statt Rundpinsel verwenden. Ähm. Flachpinsel, du kannst es einfach breiter auftragen. Aber macht für mich immer noch keinen Sinn. Kennt man aus dem Bootsbau. Gut, gelöst. Haben wir hinbekommen. Nicht gemacht. 1.500 Euro. Okay. Spannende Frage. Was heißt jetzt genau neutral weißes Licht? Also ich... Sehr gut. Hinbezogen. Vielleicht wäre Japan besser gewesen. Frage aufzulösen, als wenn ich jetzt die Wolkenverteilung mir angucke. Ja, aber dann ist es ja C. Ah. Oder? Weil wenn es unten angekommen ist, ist es ja unten angekommen. Genau, wenn es unten ist, ist es C. Wenn es oben ist, könnte es A oder B. 85 Kilo. Leider nein. Ja, ich hätte so... Vielleicht hast du doch... Ich meine, die wurde schon öfter abgesägt und die ist... Ah, scheiße. Scheiße, scheiße. Sitzt im Hafenbecken mit 4.000 Euro. Ja, ja, in die. Ja, in die. Also anderen, um so ein Mittel... 85 Euro und 11 Cent hat sich...